. 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 Das also Tor Nummer 10. Damit zieht er mit Kilian Motte gleich. Was die besten Torschützen bei den Freiburgern betrifft. . Dann Rossi, Giaccio mit Problemen und das hat folgend 3 zu 1. 16. Spielminute, ein Doppelschlag. 17. Spielminute, ein Doppelschlag. Gestern eine Pause hatte, Eruelo mit dem 5. Saisontreffer. 13 Sekunden nur haben hier die Langnauer benötigt. 14 Sekunden nur haben hier die Langnauer benötigt. 14 Sekunden nur haben hier die Langnauer benötigt. 14 Sekunden nur haben hier die Langnauer. 14 Sekunden nur haben hier die Langnauer benötigt. Und Cateron schafft es tatsächlich noch vor der zweiten Pause hier diesen Zwei-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. Doppeltorschütze, Julien Sprunger. Und hier fällt das nächste Tor, Jacob McFlicker. 6 zu 3. Bei 4 gegen 4. Zweiter Treffer also für Jacob McFlicker. Und jetzt die Chance für Miller. Und auch er nutzt sie. 7 zu 3. Andrew Miller. Tor Nr. 4. In dieser Saison 45. Spielminute. Und dann das nächste Tor von Schiltz. 8 zu 3. Wir schreiben die 52. Spielminute. Und auch Sebastian Schiltz kann sich noch zu den Torschützen einreihen. Mit einem breiten Grinsen, denn das ist seine Saison-Premiere. Bleibt er. Am Schluss. Hier kommt er. 9 zu 3. Andrew Miller. Mit seinem zweiten Treffer. Bei Doppelter Überzahl. 9 zu 3. In der 58. Spielminute. Und 85 Sekunden. Für Fibu Botteau gegen Langnau. Bückhoff legt ab. Schmutz. Sonst. Da ist es. Das Stangeli. In der 59. Minute. Ging so nach Platz auf einem Papier. Wo ich mir das auch noch notieren kann. In der 59.лиз